Für unsere Kinder in der musikalischen Früherziehung noch eine Zolotter-Geschichte. Das heißt Teddy im Müll. Dann geht's so. Teddy im Müll, Stollen im Müll, nur der alte Fischkopf ist noch da. Und dann gibt's etwas später eine kleine Abänderung, die geht so. Fischkopf im Müll, Fischkopf im Müll, Stollen und der Teddy sind wieder da.